Hallo und recht herzlich willkommen hier zurück bei GTA San Andreas. Ihr seht, anknüpfend zur letzten Aufnahme. Ich habe hier das Spiel geschrottet, wie man sieht, die Gegner sind immer noch auf der Map verteilt. Ich liebe das Game. Aber wir sind immer noch bei der einen Mission vom Flugzeug, die wir jetzt abklappern werden. Es ist auch eine neue Aufnahme, aber ich weiß direkt genau worum es geht. Wir müssen es nur versuchen perfekt zu timen. Ich nehme euch jetzt mit, sollte ich das jetzt nicht sofort schaffen, werde ich, wir können direkt schon hoch, werde ich euch erst, beziehungsweise das zeige ich euch. Wenn ich verkacke, dann zeige ich euch erst diesen Versuch, wo ich es schaffe. Mein Gott, schwierige Sprache. Freut mich, dass du eingeschaltet hast. Genau, hier bist du richtig. Hier kannst du einschalten, wenn du dich besser fühlst, wie du bist. Mein Gott, das Spiel baut sich aber sehr langsam auf. Naja, freut mich aber auf jeden Fall, dass du eingeschaltet hast. Wir haben ja GTA 3 durchgespielt, GTA Vice City durchgespielt. Jetzt zocken wir ja geht das San Andreas durch. Ich kann auch wirklich nicht sagen, wie weit wir sind, weil wir haben schon was, keine Frage. So, ich werde jetzt trotzdem mal ein bisschen hier, ich weiß ja, dass ich hinter den gleich kommen muss. Das ist nur die Sache, auf welcher Höhe er sein wird. Wir müssen das perfekt timen. Das Problem ist, wir sind nicht sehr schnell, aber er darf das Gebiet nicht erreichen. Oh, Kollege, wo bist du? Und auf welcher Höhe? Wo bist du? Wo bist du? Na komm. Auf dieser Höhe. Auf dieser Höhe. Jetzt ist die Sache. Ich sehe ihn nicht. Das ist nicht gut. Ist schon über mir, ne? Ja, okay. Das war nicht gut. Ich würde sagen, wir sehen uns dann erst in der nächsten Aufnahme. In der nächsten Aufnahme. Ich bin wieder so verloren heute. Wir sehen uns dann bei dem Versuch, wenn wir es geschafft haben. Vielleicht ist auch gar nicht dieser Trick das Entscheidende, sondern frontal. Ich weiß es nicht. Ich muss es mal ausprobieren. Definitiv. Also, vielleicht ist das jetzt direkt der Versuch, den ihr seht, dass es dann auch klappt. Wenn nicht, dann beim nächsten. Aber ich spekuliere jetzt natürlich einfach mal, dass ich es jetzt schaffe. Schön eingeparkt. Dass ich es jetzt nämlich schaffe. Wir werden die Maschine versuchen. Dann, äh, steck da ein. So ein Vogel, ne? Hallo? Der ist... Ich will es gar nicht kommentieren. So. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es wirklich verschwenden soll, direkt frontal auf ihn drauf zu knallen. Da wir jetzt hier wahrscheinlich erst kein Cut machen, aber ich werde euch hier mitnehmen. Ja. Ich nehme euch mit. Ich werde es versuchen. Da kommt ja der Ring. Ich mache es frontal. Einfach gucken, was passiert. Aber ich weiß ja, was das Game von mir will. Hinter ihm eigentlich. Das ist nicht gut. Das sieht grafisch auf jeden Fall gar nicht geil aus hier, wenn man nach vorne guckt. Die Aussicht. Also, man könnte sich was Besseres vorstellen gerade. Guck mal. Ne, ne. Wir machen es mal so. Guck mal so. Dann steilwerkab. Wir kriegen nicht die Geschwindigkeit hin. Oder? Das ist unglaublich, ne? Wir kriegen die Geschwindigkeit nicht. Wir kriegen es nicht hin. Ich kann auch nicht ballern. Ich kann nichts machen. Ich bin so schachmatt gesetzt. Jetzt ist das. Wieder machen. Okay. Aber ab jetzt. Ich halte jetzt die Klappe. Und wir sehen nur den Versuch, wenn wir es schaffen. Wir sehen uns. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oha, okay, okay. Wir sind viel zu cool, selbst wenn wir Grab ausgraben. Jagen wir ihn jetzt? Oh, ja. Ist doch kein Problem. Komm her, Kollege. Da können wir nicht nach vorne schießen. Was machst du? Du bist motiviert, Kollege. Das waren deine... Das war's für dich. Karl, du hättest deine Mutter gesehen, bevor sie geburten wurde. Sie war ein echtes Müll. Warte mal, warte mal, das war gecheatert hier, Kollege. Okay. Das ist komplett für'n Arsch. Das ist, äh... Der macht irgendein Heck. Achso, ne, seinen Reifen habe ich... Habe ich aber getroffen, okay. Okay, das hat wenigstens geklappt. Dadurch ist er jetzt richtig scheiß am fahren. Das war's für dich. Das war's für dich. Das war's für dich. Und die Hand hat sie sich ausgelöst. Schau dir, Falaski. Ich weiß, was du versuchen zu tun. Und du nicht gehst in meinem Kopf. Ich schau dir nicht. Das ist das beste Steakout, das ich je gemacht habe. Karl, du hättest du dir gesehen, bevor sie geburten wurde. Sie war ein realer Mensch. Was ist denn dein Ernst? Warte, warte, Kollege, wir können über alles reden. Ach, wir haben nur 35 Schuss. Warte, 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 warte. Ich hab einen Stern. Das kann nicht sein. Warte, 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 warte. Chill, Kollege. Komm mal her, ich brauch mal kurz deinen Wagen. Ich muss den Kollegen hier überfahren. Der ist Terminator, keine Ahnung, aber... Den muss man überfahren. Der ist komplett am Ende, dieser Kollege hier. Komm her. Ey, Terminator war nichts dagegen, ne? Was ist denn deine Mission? Ah, endlich. Ich fühle dich nicht so fucking full of yourself now, huh? Ja, mit dem sind die Breaks, fuck. Any last requests? Ja. Can I fuck your sister? You a asshole to the end. Punk motherfucker! Ja. Ein Toter Cop. Jetzt wollte ich schon was Böses sagen. In den Game. Ein Toter Cop ist ein guter Cop. Im Game. Ja, möchte ich kurz betonen. Nur im Game. Ist der Reifen noch kaputt? Ist wieder ganz der Wagen. Das nehmen wir mal an. Mann, 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 Mann. Ruhig dich, Kollege. Ruhig dich, Kollege. Das Problem ist... Woher müssen wir jetzt? Wir fahren... Ich würde sagen... Keine Ahnung. Wo haben wir denn... Jetzt halt mal die ganze Karte öffnen. Wo haben wir denn Missionen? Also, auf jeden Fall ihn. Sollen wir noch machen? Oder wenn die letzte Folge so lang geht. Mal wieder eine normale Folge. Dass wir erstmal hier hinfahren zum Speichern. Ich glaube ja, ne? Da kann man auch andere Wege nehmen, die nicht so lange sind. Glaub ich zumindest. Ja, ja. Spart man schon mal ordentlich Zeit. Oh, aber hier ist der... Military-Therby-Stützpunkt. Was nicht so geil ist. Und hier ist auch ein Sandsturm. Aber ihr ballert nicht direkt hier wieder auf mich, ne? Jetzt einfach mal hier hoch. Oh, was für ein Sandsturm. Oh mein Gott. Ah, alles easy. Boah. Das war wie gewollt. Sooo... Das ist alles... Irgendwie gewollt. Und sehr gut umgesetzt. Boah. Haben wir viel Zeit jetzt gespart. Also wenn man jetzt den Weg gefahren wäre, wie das Game einem das sagt. Horror. Aber so müsste man im echten Leben fahren dürfen. Einfach... Wie es am schnellsten geht. Aber ja klar, da macht man sich schon das Auto ziemlich kaputt. Jetzt wollte ich gerade zum Wölfe fahren, aber wir wollen ja zum Speichern fahren. Jetzt können wir der Linie der Route folgen. Jetzt ist das in Ordnung. Aua. Das hat mir schön wehgetan. Also den Wagen. So gemein. Ich weiß. Einmal hier durchmuggeln. Einmal hier einmal. Schön. Gutes Fahren setze ich am Ende immer durch. Ja. Uh. Nicht mehr angedutscht. Ich bin begeistert. Einmal hier. Pass auf. Wieder nicht angedutscht. Stark. Gut. Dann fahren wir jetzt hier speichern. Und ich würde trotzdem sagen, wir verabschieden von uns. Von der Folge. Und in der nächsten Folge gucken wir mal, was wir mit Rosenberg haben. Das war Mad Dog. Wir haben jetzt einen Kopf schon mal erledigt. Das ist schon mal sehr gut. Und in der nächsten Folge haben wir zu Rosenberg. Machen wir das so? Ja, wir machen das so. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Oh. Oh. Oh 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 oh. Untertitelung des ZDF für funk, 2017